Herzlich Willkommen bei KMN und Flexi Und wir werden heute Wednesday Addams und Prinzessin Peach mit dieser Drohne überwachen Ihr habt es euch nämlich gewünscht, dass wir heute mit der Drohne Wednesday und Prinzessin Peach überwachen Denn die sind angeblich hier bei uns in der Nähe und kämpfen gegeneinander, das ist viel zu verrückt, Freunde Und deshalb muss die Drohne heute fliegen und ihr schreibt alle Liegen in die Kommentare Wie ein Vogel fliegen und lasst ein Like da dafür, dass wir wieder eine krasse Drohnen-Folge für euch machen Das ist so lange her, ihr habt es euch echt gewünscht, Flexi Ich hab so Lust heute mit der Drohne zu fliegen Ich würde sagen, wir starten die direkt aus der Hand, oder? Ich start sie direkt Dann halt du die Drohne, Mann Ich halt die Drohne, oh mein Gott Aus der Hand Aus der Hand Natürlich aus der Hand Leute, lasst ein Like da Wir fliegen direkt zu den Sportplätzen, wir suchen nämlich Wednesday Addams und Peach die Prinzessin Das bedeutet schwarze Haare und blonde Haare, darauf müsst ihr heute achten Peach hat nämlich immer ein pinkes Kleid an, Leute Stimmt, pink auch noch Oh mein Gott, Flexi, guck mal da oben Oh, das sind voll viele Leute Da ist was Rotes Ja, und was blaues, gelbes Was gelbes Oh nein, das war Minigold Aber hier vorne Oh, da sind viele Leute Oh, jemand hat zwar schwarzen Wann, wer spielt Tennis? Kann nicht sein, Leute, ich spiel doch kein Tennis, Freunde Ihr habt noch nie Tennis gespielt Warte mal, warte mal, Flexi, da vorne Da, 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 da Oder sind noch mehr Leute Eine Person ganz alleine auf einem Tennisplatz Das macht aber überhaupt kein Sinn Leute, spult mal zurück, habt ihr es gesehen Wenn ihr was seht, schreibt sie in die Kommentare und lasst ein Like da für dieses Video Da vorne ist sie Da, 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 da Oh, ja Pink, 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 die haben Peach geboten, Freunde Nein, aber Da, da links Aber sie hat keine blonden Haare Doch, doch, spult zurück, es war sie, hundertprozentig war sie Sie hatte doch keine blonden Haare, sie hatte dunkle Haare Ist sie vielleicht in so einem Raum drin? Soll ich mal da weiterfliegen? Nein, die Sportplätze sind schon interessant Da vorne sind noch ganz viele Da sind so viele Leute Und jeder davon kann Wednesday oder Peach sein Da sind sogar Zuschauer da, als wäre der an Turnieren Macht Wednesday Turniere? Die Prinzessin sitzt doch dann eher obendrauf auf dem Stuhl Ja, die sitzt auf dem hohen Stuhl Und macht diesen hoch, runter, Daumen Ja, 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 das macht eine Prinzessin Ich glaub nicht Da sind so viele Leute Die wollen doch lieber alleine sein Wednesday will alleine sein Guck mal da vorne Siehst du diese zwei Weltkugeln? Oh ja, die sind interessant Das ist eine graue und eine blaue Weltkugel, man Da fliegen wir mal hin Und das sind keine Menschen Das heißt, da könnte Wednesday sein Die Welt liegt Peach zu Füßen Oder weißt du was? Flieg mal zu dem Parkplatz da hin Zu dem hier? Ja, ja, ja Okay, fliegen wir jetzt zum Parkplatz Das sind nämlich keine Leute Da könnte sich Wednesday verstecken Warte mal, das sieht gut aus Da sind auf jeden Fall Solaranlagen Oh, das ist krass Doch, nach unten läuft eine einzige Person Guck mal Sollen wir da mal hinfliegen? Ja, das flieg mal dahin Das Eine Person alleine ist ein gutes Zeichen Warte mal, Freunde Warte mal Alleine Warte, Haare Ist es? Oh, das Kleid Es ist sie Es ist sie Was macht sie? Das ist Wednesday Sie hat was in der Hand Warte, ich drehe mal kurz die Kamera Wo ist sie? Hey, 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 pass auf, Mann Der Zaun came in Ja, ja, warte, warte Ich flieg doch nicht vor sie Leute, wir haben immer noch nicht gesehen Ob sie es ist, Mann Wir wissen es nicht Aber das Kleid Das Kleid und die Haare Und die zwei zwei Stimmen Ganz klar ist es Wednesday Das muss sie sein Das muss sie sein Ja, Mann Ja, das ist sie Leute, lassen Sie leid Das ist Wednesday Die originale Wednesday Guck mal, sie läuft doch Aber sie hat was in der Hand Ja, ein Besen Wieso hat die ein Besen in der Hand? Weiß ich nicht, Mann Hä, ein Besen? Die hat ein Besen Auf einem Parkplatz in der Hand Und das ist Was macht die da? Hey, die macht was mit dem Besen Schau mal, schau mal Die kehrt den Bordstein Die kehrt den Bordstein Hä? Wieso putzt die jetzt mit dem Besen Die Straße oder was? Weißt du, die hat Kehrwoche oder irgendwas Bei der irgendwie auf der Straße So Es gibt auch nur hier das Kehrwoche Wednesday kennt man sicher nicht Ja, das hat aber nichts mit Wednesday zu tun, glaube ich Aber Aber Ist sie gut drauf oder ist sie schlecht drauf? Was sagst du mit dem Besen? Was meint ihr denn? Sie hat da ein Besen in der Hand und kehrt irgendwas? Das verstehe ich nicht Was geht denn da jetzt ab, Mann Ich bleib dran, wir bleiben auf jeden Fall dran Wir verfolgen sie jetzt natürlich Auf jeden Fall, Mann Das ist voll wichtig Warte mal, sie bleibt zu Dreht sich um Ich glaube, die hat die Drohne gehört Sie dreht sich wieder um Hat sie die Drohne gehört? Leute, Mann Warum nicht zu nah, falls sie die Drohne hört, Mann Weißt du, was? Warte Wieso? Der hat das auf den Boden gelegt Der hat irgendwas auf den Boden gelegt Ich fliege mal näher Die setzt sich jetzt auf den Boden Guck, die hat was in der Hand Leute, was hat sie in der Hand? Habt ihr es gesehen? Wenn ihr es gesehen habt, dann schreibt es mal jetzt in die Kommentare Und lasst ein Like da, Mann Schreibt es fliegen in die Kommentare Fliegen, weil die Drohne, die fliegt Was ist das jetzt? Was macht die denn da? Oh, die hat doch was angezündet Die hat doch was angezündet Was denn? Das braucht es jetzt Was macht die denn da? Die macht so ein Tarnfeuerwerk Und dann tarnfeuer Ich weiß das, Mann Was ist das denn? Alter, guck Im Rauch steht die Hä, wieso? Ist das ein Ritual? Feuerritual, Rauchritual Wieso macht Wenzel jetzt solche Aktionen? Was geht bei der Vorsicht, Mann? Erstmal diesen Besen Dann putzt sie die ganze Zeit Jetzt noch Feuer? Was ist ihr nächster Plan? Ich hab keine Ahnung Was, was? Sie macht Sachen, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können Und das? Als wie wenn sie ein bisschen im Kopf ist Dann läuft sie einfach weiter, Mann So läuft sie weiter Als wie wenn nichts gewesen wäre Aber einerseits putzt sie Und dann macht sie Schmutz Und räumt sie nicht auf Das ist verrückt, Mann Was ist bei Wenzel falsch? Die ist echt verrückt drauf Wenzel ist heute wirklich verrückt drauf Krass, Mann Geht jetzt ab, Mann Wohin läuft die jetzt? Wer ist das? Weiß ich nicht, Mann Ein verrückter Wenzel Wenzel, pass auf Warte, Mann Wer ist denn das? Das ist Iowooki, Mann Echt jetzt? Guck Ich muss da ein Gesicht sehen Na, guck Das ist Iowooki Was macht Iowooki? Iowooki hier bei Kamin und Flexi, Mann Was geht jetzt ab, Mann? Der war doch nie bei Kamin und Flexi Und die zwei haben sie doch nie im Leben gesehen Soll ich mal den Ton anmachen? Weiß ich nicht Kann ich das gerne machen? Das ist Original Warte, ich drück mal auf Der ist das Original Ach, es ist unser Und es ist unser Iowooki von Was4 Ich hab den Ton wieder ausgemacht Es ist der Iowooki von Was4 Alter Was hat denn der mit Wednesday zu tun? Warte mal, die kennen sich doch nicht mehr, oder? Nein, noch nie Die haben sich noch nie gesehen Und in den Filmen von Wenzel Und in der Tests Was ist, wenn er wieder abgehauen ist? Und Oki? Ist das auch ein Sohn? Von der Wenzel Wenzel macht sich komplett aus Wenzel will alleine sein Guck mal Ja, Wenzel will alleine sein Die sagt, unterscheust ihn Schmeinparkplatz, ich putze hier nicht, du Iowooki Hä? Wenzel vertreibt Iowooki Iowooki war immer lieb zu uns Ich wollte es gerade sagen Wer kann denn der Böse auf Iowooki sein? Was macht du, Wednesday? Und er tanzt auch immer wie Wednesday Schau, die will einfach nur putzen, 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 putzen Ja, und Iowooki versucht noch Hey, kann nicht hierbleiben Die sagt so, ich hab hier sauber gemacht Ja Geh nicht hin Hä? Dicke Iowooki ist völlig... Iowooki wollte bestimmt noch Spaß haben bei dem schönen Wetter Ihr wisst es, mann, ihr wisst es Wednesday hat Iowooki völlig im Griff Ja, aber warum, die kennt sich nicht mal Kommt Iowooki auch aus der Adams-Family oder was? Er rennt, er rennt Die jagen sich Renn, Iowooki, ich fester Renn, 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 renn Weg Weg, Iowooki Ey, das finde ich jetzt gemein von Wednesday Gott sei Dank, ey Gott sei Dank ist Iowooki in Sicherheit, Leute Bleiben wir jetzt auf Wednesday oder auf Iowooki? Bleiben wir jetzt natürlich bei Wednesday Wir suchen nämlich Wednesday und Prinzessin Peach Das war ja Iowooki Was macht denn der da? Krass Alter, ich weiß jetzt was mit Wednesday los Was die putzt? Nein, die ist der Hausmeister, Mann Die ist der Hausmeister von diesem Parkplatz Oder vom Parkplatz Was geht ab, Mann Die sieht doch aus wie ein Hausmeister Leute, lass mal ein Like da für Wednesday Was? Was, was sie macht Ja, aber warum ist sie jetzt Hausmeister? Keine Ahnung Kommt Staffel 2 nicht Hat die Family sie verstoßen? Doch, Staffel 2 wurde angekündigt Ja, aber dann ist... Ist auf jeden Fall am Start Warum macht die deinen Hausmeisterjob so? Vielleicht da... Ah, die Vorlaufphase Was will die jetzt beim Schenken? Sie trainiert, Mann Ja, sie trainiert wahrscheinlich Will sie jetzt da rein? Ja, aber ist keiner da Hä, will die sagen, dass sie sauber... Leute, Mann Sie, wir sagen, die Ecke ist schon sauber Jetzt mach ich weiter, oder was? Sie braucht wahrscheinlich noch mehr Besen Und ein bisschen Zeug zum Putzen Ja, weil schaut mal den Parkplatz an Der ist riesig Und sie hat nur so einen kleinen Besen Das würde ja Tage dauern Sie läuft jetzt schnurstracks Gerade auf den Mülleimer zu Und neben dem Mülleimer Seht ihr noch weitere Müllege Da sind Kartons Da sind noch mehr Müll Und sie greift den Müll Was? Und sie sagt hier im Schwabenland Falsch sortiert Das muss getrennt werden Der Müll wird sortiert? Hier muss getrennt werden bei uns Ja, das ist alles richtig und schön Papier und Papier Immer noch nicht zu Restmüll Warum macht das Wednesday? Ich hab keine Ahnung Ich mein, alles richtig Und schaut den Sandplexen Zwei Einkaufswagen stehen nicht perfekt In dem Einkaufswagen der Reihe Jetzt sind sie auch noch die Einkaufswagen Die schiebt den jetzt zurück Ey, das ist auch ganz klar Wednesday hat sich eine Verantwortung genommen Diesen Parkplatz hier sauber zu machen Aber warum? Ne, alles komisch Der Cleanup-Day von McDonalds Entweder hat Wednesday was richtig Großes vor Ja Oder Wednesday ist mega langweilig Es gibt nur die zwei Möglichkeiten Weil sie auf Staffel 2 wartet Und jetzt nichts zu tun Ja, entweder ist langweilig Oder das ist alles ein abgekatertes Spiel Und Wednesday hat was riesiges vor Aber was können sie sich vorhaben? Ich hab keine Ahnung, was sie vorhaben Hauptsache, sie wird unsere Drohne nicht runterhauen mit dem Besen Und Hauptsache, sie kommt nicht zu uns, Mann Ne, ne, auf dem Parkplatz kann sie bleiben Alles cool Deshalb, Leute, schreibt jetzt nochmal Fliegt in die Kommentare Und lasst ein Like dafür dieses Video Es geht ab Immer noch mit dem Besen läuft sie rum Die läuft wie so ein Manhunt Man einfach so wie so ein Psychopath Läuft da rum Aber das macht wirkliche Sachen Das ist kein weiterer Mensch Ich wollt's grad sagen Wednesday ist ganz alleine auf diesem Parkplatz Hast du schon mal einen leeren Parkplatz gesehen? Ein Parkplatz auch dafür da Das ist auch nie Ich mein, das ist kein selten Guck mal Da stehen nicht mal Autos 0,0 Autos Keine Leute Als wie Wednesday den ganzen Parkplatz für sich alleine gemietet hat Denkst du, denkst du mal? Nein, das kann die nicht Nein, nein, glaube ich auch nicht Aber so sieht's aus Und der Laden hat auch nicht offen, Mann Was geht's an? Keine Ahnung Ich hab keinen Plan, Mann Und woher weiß Wednesday das? Ich versteh das nicht Und warum ausgerechnet Warte, warte, warte Was ist denn? Da hinten, da hinten, da hinten Da ist jemand Was ist denn mit dem pinken? Hey, ja Das ist rosa oder pink? Pink und blonde Haare? Wer ist das? Ich weiß nicht Ich guck mal näher, ich erkenne es nicht mal Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte Ich hab so eine Vorahnung Aber ich weiß nicht, 100% Oh Wednesday, zeig doch auf sie Alter, jetzt wird's spannend Auf jeden Fall lange Haare, blond Und ein pinkes Outfit Ich hoffe, aber ich bin mir nicht sicher Aber warum zeigt die mit dem Finger auf sie Und so lange, so lange Ja, weil jeder jemand stirbt Wednesday Wednesday will alleine sein Und schon wieder ist jemand Auf ihrem Packplatz Wahrscheinlich wird doch Wednesday der Packplatz Sie kärt den Boden? Hä? Sie macht den Hof? Warte mal Nur Liegt mal ein bisschen näher ran Oder so Ja, ja, ja Sehr gut, Cayman Sehr gut, Cayman Sie macht ihr den Hof Das ist doch Peach Das ist Peach Natürlich Das ist Peach Eine Königin einer Prezessin Macht man den Boden Genau Man rollt auch den roten Teppich Und Wednesday macht es für sie Und jagt sie nicht vom Hof Leute Ich will sie weg Leute, wir haben es geschafft Peach und Wednesday Auf der Drohne aufgenommen Jetzt wird's aber spannend Kämpfen die gegeneinander Sind sie böse Nein, 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 schau mal Nein Warte Wednesday küsst die Hand Von der Prinzessin Das glaube ich jetzt nicht Du weißt, wer Wednesday ist Ja, ja, ja Wednesday das macht Und ich untergibt Ich will sie weggejagt Aber die Prinzessin Ja, aber Wednesday untergibt Der Prinzessin Es ist eine Prinzessin Es ist Peach von Super Mario Das heißt Peach ist die Stripper Und Wednesday ist einfach nur Die Marionette Vielleicht gehört Peach Der Parkplatz Meinst du? Ist eine Prinzessin Okay Prinzessinnen haben riesige Anwesen Warum nicht auch Und das der Parkplatz Royal Families 20 Parkplätze haben Schau was wir Und der Tag gehört dir Beziehungsweise der Parkplatz Aber was geht jetzt hier ab, Mann? Keine Ahnung Die reden, diskutieren Irgendwas Schaut euch mal Prinzessin Peach an Lieg jetzt nicht zu nah hin Ich will da nicht Denken, dass sie alleine sind Ich will mal wissen, was die machen Unbeobachtet Da haben wir echt eine gute Chance Weil das Peach und Wednesday Das ist krass, Mann Das gab es noch nie Ich habe das Ich check das auch nicht, Mann Was ist hier los? Peach von Super Mario Viel zu heftig Wettet ihr noch Bowser oder was? Krass, Mann, Leute Ich muss nicht heran, Plexi Ich will doch sehen, was da abgeht Ich will die Gesichter sehen, Mann Wenzel ist doch ein Besen, ja Aber was macht das mit dem Besen? Ey, Wenzel lockt Peach irgendwo hin Kann es sein? Nein, 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 jetzt schau mal Sie macht wieder den Weg sauber Das sind ihre Tricks Das sind ihre Spielchen, Mann Wenzel manipuliert Peach Ich habe auch das Gefühl Ich habe auch das Gefühl, dass Wenzel Die macht dauer so Komm mit Die will wahrscheinlich Peach entführen Kann es sein? Guck Warte, jetzt ist die da Sie hat was in der Hand Der Besen ist weg Warte mal Wahrscheinlich wird er jetzt ein Böller Wieder? Aber extra für die Prinzessin oder was? Was können Sie sie in der Hand haben, Mann, Leute? Ich habe keine Ahnung Schreibt sie in die Kommentare Sie macht da irgendwas Sie hat was in der Hand Ganz sicher Mal schau, der Besen liegt auf dem Boden Oh Alter Wieder sowas Wieder Feuerwerk Ja, aber vielleicht Feuerwerk Eine Begrüßung für Peach Ich weiß es Ey, ich bin so zwiegespalten Von Spänen und Licht Und schau Jetzt machen sie sie Hä? Ja, hier sind Freunde Kennen Sie auch Ich kapiere gar nichts mehr Das sind Freunde Nein Die kennen sich irgendwoher Du kennst doch Wendt Ja, aber schau doch mal Aber Die können doch nicht Wendt Aber die machen doch nicht so Wenn die Guck sie, hier wird entführt Wendt 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 Schau Sie ziehen sie weg Hey Leute, ich kann nicht Das war alles ein Spiel Von Wendt Leute, man, das ist ein Spiel zu krass Wir müssen Peach retten Wir müssen sofort Peach retten Wir müssen dich beeilen Beeilig doch Ich wurde nicht mehr